Ihr seht es hier ja eingeblendet. Das muss ich euch nicht vorlesen. Als nächster Programmvorschau am Start könnt ihr dann alles sehen. Alles Wichtige bei VK, bei BitChute, bei Odysseae, bei Rumble, die sich den Trailer bei WegnusTV aufhoben. Entspannter Link kopieren, ab in die Browserzeit und dann gleich bis gleich. Tschüss.